Hallo und Willkommen zu einem kleinen Infovideo bzw. zu einem Update Video. Und zwar habe ich 750 Abonnenten auf YouTube erreicht und 100 Leute in meiner Steam Gruppe, die Rainbow Corp. Im Hintergrund seht ihr gerade Buraks Stream, es ist 8.37 Uhr in der Früh und er streamt noch. Auf jeden Fall, eigentlich wollte ich so ein bisschen was Kleines bzw. was Großes für diesen Anlass tun, dass ich eben 750 Leute auf meinem YouTube-Kanal mittlerweile habe. Und eben 100 Leute in meiner Steam Gruppe wollte ich ein bisschen was bringen und zwar ein Case Opening, aber kein normales, sondern ein großes. Ich versuche mir gerade wirklich...